ah fuck off weißt du ich wollte gerade die waffe personalisieren das war wieder diese tolle map die ich so geliebt habe kommt da rein kommt da jetzt mal jemand würdest du dich ergeben das war jetzt nicht geplant ein nicht so ruhiger daumen ich renne mit einer akimbo scheiße rum hier kommt bestimmt gleich jemand irgendwo rein gerusht die sarana die gemähe auf den sack gut von da kommt auf jeden fall schon mal nix aber sicher doch du snipst mich ihn und ihn auf einmal weg weil du mich auch garantiert nicht hacken tust nein wie komme ich denn da drauf alter heute nicht Guck mal, stell dir da ein Geschütz auf Oh oh Du bist doch scheiße Okay Okay Bleib ruhig Bleib ruhig Einfach ruhig bleiben Es ist abends Wir haben es 22 Uhr 32 Du darfst dich nicht aufregen Damit die Nachbarschaft nicht hört Dass du gerade ein Fehler Zum Host hattest Und deswegen die Verbindung getrennt wurde Nein, das ist gerade nicht eingetreten Nein Ist es auch nicht Gut Wenn das der Fall so ist Würde ich an der Stelle halt sagen Das war's Bis dahin, haut rein Ciao